Was geht ab, YouTube? Was geht ab, YouTube, Alter? Ich bin hier mit Canon und wir reagieren heute auf ein Video von Hamed, was vor drei Stunden erschienen ist, und zwar auf einen Weihnachtssong. Es geht dabei um zwei Songs, um zwei Gruppen. Und wir müssen, also wir machen das einfach so, wir hören uns beide Songs an und sagen dann einfach, welche Gruppe für uns am Ende gewonnen hat. Es ist aber alles just for fun. Okay. Einfach so ein Weihnachtsspecial. Ist ein cooles Event, Bruder, feier ich. Wir hören einfach mal rein, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay. Gio, Umut, Wakes und John. Kennst du jemanden davon? Gio. Gio, okay. Ah, warte mal. Ist das Wakes? Ja. Er hat doch damals FIFA-Dings gemacht. Geil, Alter, ich hab den tot gefeiert. Ich hab ja immer seine Geschichte schon. FIFA-Legende, Bruder. Ja, geile Sau. Und John ist auch in letzter Zeit, Bruder, geht nicht mehr von meiner TikTok-For-You-Page. Das sind so zwei, John und Sami heißen die. Ja, ja, ich kenne die, ich kenne die auch. Die krankesten Sachen im Hintergrund. Ja, ja, ja. Wow, lustig ist du. Ja, ja, geil. Gib ihm. Es kommt der Grinch und nicht der Weihnachtsmann hinein. Wir freuen uns nicht auf Weihnachten und brechen bei die Einkommen. Lauf, renn, flucht. Springen über Mauer. Schnappen mich die Kops, heißt ich... Hey, ich muss sagen, Bruder. Geil. Guck mal, man darf jetzt natürlich das nicht auf die Golf-Waage stellen, ne? Bruder, ist alles Just for Fun. Ist natürlich alles auf Schnelle gemacht worden. Ist für Weihnachten, Bruder. Ich find's cool, Bruder. Ich auch, oder? Ein bisschen Just for Fun, Bruder. Ist geil. So, und ihr könnt gleich auch mitwerten, wer gewinnt, ob Gruppe 1 oder 2. Das ist Gruppe 1. Es kommt der Grinch, Rippgeschenko und Tam-Tan-Baum. Mächte Meister, die baut nicht irgendwelche Klassen-Clowns. Ihr hört Jingle-Bells, wir rauben die Kassen aus. Macht paar Flaschen auf, genießen den Massenrausch. Schnee, weißer Wintertag, mitten in der Nacht. Fliehe mitgeschrieben von Team Sami mit auf meine Yacht. Hier, den meine ich, Bruder. Ja, der ist so geil, Bruder. Der braucht die verrückten Sachen, Bruder. Ja, ja, der und sein Partner, du. Der war doch damals mit Jungs Jones, hätte ich beschleunigt. Genau, ja, ja, die waren damals unterwegs. Und jetzt machen die alleine Videos, zu zweit. Bruder, ich feiere das, du, Bruder. Ja, ich auch. Wollah, schöne Grüße an die Jungs. Lustig, wollah, geil. Was? Ich meine... Das weiß ich nicht, Bruder. Hat der gerade... Das ist BK, oder? Gedisst. Warte, geh mal noch ein bisschen zurück. In einem Weihnachts-Song. Junge! Jetzt drück! Ey! Ja. Ach nee, Bruder. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Hast du gut gemacht, Bruder. Feier euch. Geil, Bruder. Feier euch. Wollah, lustig. Katze, Katze! Katze, Katze! Katze, Katze! Katze, Katze! Katze, Katze! Katze, Katze! Geil, Bruder. Geil, Wollah, lustig. Aber ich finde halt, also... Muss man das jetzt bewerten? Komm, bewerte es, aber jetzt nicht auf musikalisch Ebene, einfach auf Just for Fun. Ey, das... Gio, sein Lines ist geil, Bruder. Lustig. Äh, bei Wakes war so... Taktfehler. So jetzt... Ja, ja, ja. Ja, aber sonst... Äh, lustig, Bruder, Wollah. Ja, safe. Weißt du, was mir nur ein bisschen gefehlt hat? Die haben das cool gemacht. Aber ich... Ich finde es cooler, wenn die ganze Gruppe eine, eine... Also so... So immer so vielleicht auf die letzte Line eingeht, so... Und das so weiter fortfällt. Ja, 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 das ist so... Wir sind zwar in einer Gruppe, aber jeder ist nur im Solo unterwegs. Vielleicht ist das in einer anderen Gruppe, so. Ja. Mal gucken. So. Gerade bei... Also Samy ist ja eine Gruppe, der achtet ja eigentlich... Also der müsste auf sowas achten. Die nächste Gruppe, Hamed, Samy, Berkoli und Samy. Also Samy ist der mit, äh, John. Ne? Ah, danke. Ja, Berkoli ist, glaube ich, ein... Weiß ich, Minecraft-Youtuber oder so. Mhm. Und Samy, Hamed brauchen wir ja nichts an. So, let's go. Ja. 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 Der ist geiler. Wer ist das gerade? Samy? Achso, aber der fehlt gerade. Wo ist der, Bruder? Den hätte ich auch gerne gesehen. Schade, Bruder, ja? Ja? Geil. Starke Eigenwerbung, ja? Vato ist die Marke von Hamid. Ich hab Novato im Kleiderschrank, starke Eigenwerbung. Deine Freundin, mit mir unter einem Mistelzweig. Wir bauen heute Lebkuchenhäuser zur Winterzeit. Senderkitsche mit Tekken 3 und ne Plazy 2. Ich mag meine Cookies hell und weiß, so wie Babybrei. Scheiß auf Geschenke, scheiß auf den Beat. Brauche bei der Bescherung nur meine Fam und mein Team. Nur eine Handvoll Leute sind um meinen Kamin. Mon Ami, Merry Christmas, Snow is falling. Hey, Junge, der Hamid dachte sich, Bruder. Ich will mich einfach so, der meint, mach so Beats. Mach jetzt noch diese Beats gerade, damit das ich nicht komisch nehmen würde. Der kommt, der kommt, Bruder. Guck mal, hier, hier, hier. Der Move, den wollte der extra haben, Bruder. Ja, ja. Der war bedacht, Bruder. Der ist auch angekommen, Bruder. Und jetzt? Warte. Jetzt! Das macht echt gute Laune. Ey, das macht echt gute Laune. Ich find die Idee von Hamid sehr, sehr stark, also sehr kreativ, sehr cool, Bruder, dass du das machst. Feier ich, Bruder. Ja. Geil. Also der liefert Content am Weihnachten, aber warum liefert Aiken nicht? Geil. Boah. Das hast du gesagt, Bruder. Das hab ich nicht gesagt. Du hast gesagt, dass du ein paar überlegt. Einfach was? Als sie hängen gekommen ist. Guck mal. Was ich da mache? Sieht ihr? Boah. Jetzt macht er so. Jetzt macht er so. Boah, das so machst du, Bruder? Ey, ich mach beiseite. Bruder, was hier halt noch mal geiler ist. Mir schlafen ein Hook, wo die halt singen. Ja, das ist cooler. Weißt du? 100%. Ich find's witzig, auch dieser Cut bei Hamid. Ich find auch so die Gruppendynamik so. Das Bild ist einfach cooler, sympathischer, Bruder. Weißt du? So, hier, wir haben noch ein bisschen. Komm, gib ihm. Zehn Sekunden. Ey, Hamid! Warte mal! Was, hä? Er trägt meine Uhr noch? Ist das deine Uhr? Warum hat er deine Uhr? Warum hat er deine Uhr? Wieso fragst du zweimal? Einmal ist okay, Bruder. Frag doch nicht zweimal. Ich fang aber noch einmal. Warum? Cut! Yes, 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 yes! Ahol, Junge! Ahol, Junge! Ahol, Junge! Geil, Bruder! Ey, cooles Projekt, Bruder! Feier ich, was dir auf die Beine gestellt hat. Ja, Walla! Was würdest du sagen? Welche Gruppe hat auch Just Stop angeboten? Safe, äh, Hamid Gruppe! Ich würde auch sagen, äh, 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 hier, Hamid, Samis, Berkulis, Samis Gruppe. Ja, Mann. War für mich cool, war witzig, ja, Bruder. Geil, Alter. Feier ich, Bruder. Geiles Format. Hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Ja, Bruder, wir haben ja noch ein, zwei Sachen vor, aber nicht so mit Weihnachten, sondern was anderes, so Cypher-artig und so. Das hat sich auch viele aus der Community gewünscht, das kann ich jetzt schon an den Preis geben. Geil. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch sowas machen. Das hat mir damals bei IQ4 so mit Bobby und den restlichen Nevella gemacht. Und, äh, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt das Originalvideo ab, checkt Kennern ab und haut rein und ciao, ciao. Also, passen wir schon.